Hi denn, wunderschönen guten Tag hier und herzlich willkommen zu Tempest Rising. Ich bin ja großer Fan von Command & Conquer, vor allem von Command & Conquer Generals, Riddler 2. Das waren so die zwei, die ich hauptsächlich gespielt habe. Und Tempest Rising soll wohl, glaube ich, von ehemaligen Command & Conquer Machern sein oder irgendwie an Command & Conquer angelehnt sein, wie auch immer. Wir gucken einfach mal rein und schauen, wie das Spiel so ist. Es gibt zwei Missionen mittlerweile. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ja, Command & Conquer selbst wird ja nicht weitergeführt, deswegen... Nö, alles gut. Wir gehen einfach rein. Ich habe mein Neck auf den Block, um dich in diese Position zu bringen. Don't let me down. Let's see, was du kannst, Commander. Ja, ehrlich gesagt, höre ich mir auch diese ganzen Briefings oft nicht so krass an oder so. Okay, können wir uns nicht durchklicken. Geh wir rein. So, ich mache das Spiel einen ticken leiser. Let's go. Oh, schon mal eine repräsentative Weltkarte. Also, in dem Fall jetzt Primär Europa, aber... Okay, gehen wir rein. Ja, also, ähm... Es ist auf jeden Fall RTS, Realtime Strategy. Gleich. Sag, sag, sag. Was ist das? 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 Ich habe halt irgendwann auch angefangen Starcraft 2 zu spielen, das war dann auch... Ich gehe mal kurz mit dem Hut uns so vertraut machen. Ah, Attack Mode, Move, Stop Guard, Patrol, Hold Position, okay. Ich habe halt irgendwann auch Starcraft 2 gespielt, das könnte man jetzt halt auch sagen, wenn es RTS ist, ist es halt wie das, wie das, wie das. Wie gesagt, ich sehe da keinen riesigen Unterschied. Das ist ein Micron, let's go. Ah ja, und hier unten haben wir die Control Groups, sehr schön. Ich verdecke nur die Map, aber das ist nicht schlimm. Ja, insofern, wie gesagt, ich weiß nicht, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt wie Command & Conquer oder auch nicht, aber ich gucke einfach mal, wenn es mir Spaß macht, ist gut. Rote Fässer, immer drauf schießen. Drone Operator. Ich habe ein bisschen mal bei Walle reingeschaut. Wir sehen, man kann die Drohnen auch so steuern. Bei dem ist sie sehr giga-viral gegangen, das war cool. Auf wir go! Flameturren ist besitzt! Geht zurück! Richtig! Nein! 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 Wir haben es! Wir können mit unseren Drohnen, sehen, ob es eine bessere Weg ist! Operator! Machen wir das jetzt? Reportieren! Auf Ihrer Kommand. Ah! Remote-Control-Drone. Läuft! Remote-Control-Drone. Läuft! Ah, und wenn ich jetzt X drücke, kontrolliere ich wieder die Truppen selbst. Ah, okay. Operator! Ready? Combat ready! Okay. Okay. Was war das denn? No problem. No problem. No problem. Acknowledged. Spitting her up. Yeah, defense. Got it. Ready? Roger that. Okay, eine Unit kann aber auch zu mehreren Control-Groups gehören, das ist schon mal gut. We go. What about back-up? Away in order! Commander! Spin! Taking aim! Moving out! Yes, sir! Uuuhh. No problem. They're all. Give me a sec. Oh, watch this. Got it. Spin! Reinforcing is that arrive. Oh, you're for us though, nice. Oha! Nice. Ich hoffe nur, dass eine Unit nicht zu viele Fähigkeiten hat. Oh, das war ein Red Alert. Irgendwann krass. Äh, Red Alert 3, wenn du irgendwie so zwei, drei Fähigkeiten pro Unit hast auch noch. Ja, let's go. Ich komm da nicht hin. Ah, jetzt. Los. Das kann man doch sicher einsammeln, oder? So. Got it. Roger that. We're off. No problem. We're off. Off we go. Taking aim. Got it. Roger that. No problem. We're off. Attack! No problem. On come. Acknowledged. Got it. Off we go. Spitting her up. Roger that. Spitting her up. Yes. Off we go. Ready for contact. Acknowledged. Where do you need me? Affirmative. Mal kurz überall scouten, dass man alles gesehen hat. Never mind. We're off. 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 Off we go. Nope. Spitting her up. Aja. I'll do what I can. On dispatch. To set up shop. Watch this. Go again. We're on top. There you got. Go again. Alright. What about that? Give me a second. Take your aim. All right. Got it. Come in. ich schieße noch drohen okay die rehabilitieren sich zum glück also die drohnen kommen immer wieder wie lange dauert das was kann ich mir eigentlich machen einfach so drin stehen und warten was hier nur hier das war nur das geschütz oh Oho Warum kann ich immer nur eine von den steuern? Warum kommt eine nach und eine nicht? Verstehe ich jetzt nicht Kommt wird langsam lame All right Commander Acknowledged Give me a sec Roger that No problem We're all Spank All right Put him out back up Got it Commander Roger that We're all All right Okay Kommt da kein Geld? keine monate das ist das erz jetzt läuft so wollen wir eigentlich die monaten jetzt rechts oben wo ich bin weil ich nur die maps sehr schön geil cool f1 was energien auf plant die fences ja geht es ist schon das trägt schon sehr die handschrift von command and conquer auf jeden fall die refinery weiter und hier werden das noch weiter Barracks und Zelo. Was ist ein Zelo? Max amount of money, wie viel kann ich jetzt halten? Fangen wir erstmal die Barracks. Okay, immer nur ein Gebäude parallel. Ah, Gebäude reparieren oder was? Okay, okay. Kann ich den zweiten Harvester bauen? Unlocks advanced units and support powers, Riot Pod unlocks insufficient intel. Okay. Ah, Gatling turret. Ah, okay, 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 okay. Machst du die Units durcheinander so durchflutschen? Okay, vergesst du, was ich gesagt habe gerade? Alter. Was macht er denn? Geh doch hier einfach. Unit ready. Ah, was? Gut oder bad. Ready to move out. Rifle ready. Unit ready. On hold. Training. Ryan, got it. Konstruktion. Okay, das ist wirklich wie in Red Alert 2 gerade. Kann ich das verkaufen? Oh, die Raketen, äh, die Flammenwerfer Dudes sind fies. Oh, low power? Wie mache ich das jetzt? Hä? Ha. Gucken wir natürlich kurz hin. Ah, da kommt's. Oh, low power. Let's go, Alter. Infantry. Right, Medic. Let's go, Alter. F7. Construct cancelled. Let's go, weitere Barracks bauen. Ja, muss ich halt ein bisschen dran gewöhnen, was hier gerade abgeht, alles. Ist halt sehr viel. Sicher hat man die Power, Production, Consumption, okay. Ah, kann man schön Waypoints setzen, sehr gut. Ja, Mann. Konstruktion complete. Medic Ehrenmann. Medik Ehrenmann. Gebäude kann man auch auf den setzen, sehr schön. Ach, das ist meine Unit, die ich die ganze Zeit hin will, oh Gott. FOR spitze für den interessenникseln. Als ich den? F���力! Fakt! Entf treatment! Fakt! f3 das ist der mammutpanzer auch macht er nix da sitzt aber so ein flammer verdut drin okay man kann aber keine units auf enden es ging in starke ich glaube du musstest schifftheit um zu ersetzen und steuerungen zu ergänzen bei meinten sagen muss man sagen dass starcraft doch einfach op starcraft 2 ist halt übelst gut da geht es sich weiter moneten so so let's go unit ready unit ready nice ja 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 ich sehe auf jeden fall die kommenden conker parallelen uplink initializing und und Ich will wissen, was wir mit der Hölle wir sind. Ich habe die Anführungen auf dem Weg zu dir. Pull das BASE apart. Das weiß ich, dass sie auf Steam ist. Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, wo die Commander Conker Parallelen herkommen. Ist cool. Ich sage mal so, man muss natürlich immer gucken, wie ist der Basenbau selbst. Weil ich finde quasi der Gefechtsmodus, das 1v1 ist halt immer cool für so ein RTS-Game. Ansonsten diesen Drohnen-Modus, das ist halt, finde ich, ein bisschen zu stationär, als dass das wirklich praktikabel ist, glaube ich. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel auch an StarCraft denke, da sind die meisten Fähigkeiten sowas wie Storm, Blink. Boah, jetzt fangen wir kaum noch ein, welche 1, Stim. Das sind halt oft Sachen, die dann einfach quasi aktiv im Spielgeschehen passieren, die du ganz schnell im Spielgeschehen machen kannst. Diesen Drohnen-Modus fand ich jetzt komisch. Und ich hoffe, dass es nicht dann wie in Red Alert 3 so ist, dass es halt einfach komplett ausartet in verschiedenen Fähigkeiten. Aber bis jetzt war das cool. Das war nett. Und ich zog auf jeden Fall die Mission 2. Wir sehen uns demnächst wieder. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Däumchen, Abo. Bis demnächst. Tschüss, tschüss, tschüss.